Afrika hat immer etwas Besonderes. Afrika ist immer etwas Neues da, hat eine gewisse Sehnsucht, es ist sehr natürlich und hat wundervolle Menschen. Jeden zieht es seit vielen tausend von Jahren irgendwie doch schon immer nach Afrika. Es ist die Wege der Menschheit, die hier zu finden ist. Mils away, Mils away, Mils away.